Jo Freunde, da sind wir wieder bei Let's Play Mirror's Edge. Am Rande des Spiegels. So, und wir entkommen vom Tatort. Wir, der Runner, entkommen vom Tatörtchen. Im stillen Örtchen. Scheiße. Verfehlt um den Millimeter. Und es beginnt direkt mit einer Scheiße. Mit einem Absturz. Hier ist City Eye News mit einer Eilmeldung. Ja, wir wissen es jetzt. Spatz. So, und ich glaube... Yes. Ich habe mal kurz die Zeitlupe aktiviert. Aus Spaß und der Freude. Ich glaube, das werde ich gerade nochmal machen. Nee, geht gar nicht. Patz. Ups. Gibt's doch nicht. Du kannst an einem Seil entlangrutschen. Und dann mindestens 50 Meter nach unten fallen. Aber so einen Scheiß überlebst du nicht. Sach bloß. Hier ist City Eye News mit einer Eilmeldung. Der Anwalt und Kandidat für das Bürgermeisteramt. Ja, ja. So. Ich habe jetzt einen Wagen auf dem Weg zu dir. Du hast nicht Nächte. Ist klar. Das hatte ich noch nie. Ah, 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 ah. Manchmal verstehe ich es nicht. Physics Engine lässt grüßen. Das Rohr ist direkt vor mir. Ich kann es aber nicht in die Hand nehmen. Warum? Hier ist City Eye News mit einer Eilmeldung. Der Anwalt und Kandidat für das Bürgermeisteramt, Robert Pope, wurde in seinem Büro am Wetter... Zack. So. Next 3. Sag mir einer. Warum? Kann ich... Ich bin nur direkt da vor. Der Anwalt kommt vom Tatort und es wird verfolgt. Ich meine, wir werden so oder so festgenommen. Kann das sein? Ich habe hier Streifenwein auf dem Weg zu dir. Das ist für jetzt meine Vermutung. Verarsch mich. Ganz ehrlich, verarsch mich. Eben alles hingekriegt. Alles locker. So. Hier ist City Eye News mit einer Eilmeldung. Der Anwalt und Kandidat für das Bürgermeisteramt hat. Hatz. So. Ich habe hier Streifenwein auf dem Weg zu dir. Du hast nicht mehr viel Zeit. So. Zack. Tür eintritt. Jetzt hätte ich gern die Zeit. Du bist nicht eben. Und zack. Ich versuche, dich einzukennen. Schlag dich zur Klappe holen. Ja, wo muss ich denn lang jetzt? Ja, nee, nee. Ist klar. Wir versuchen, dir den Weg abzuschneiden. Schlütt durch Heldschneid. Wo muss ich denn überhaupt hin? Ich habe mir blöd gefragt. Nee, hier nicht. Hier kann sein. Ja. Ja. Aber es laggt schon wieder. Lol. Wie das anfängt zu laggen? Einfach nur. Atme gleichmäßig weiter und lauf, ey. Das ist klar, ne? Ist das in die richtige Richtung? Ja. Egal, was hinter mir ist. Okay. Ah, so. Er sagt falsche Richtung, aber... Der Meinung bin ich mal spontan nicht. Uff. Los, 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 los. Du kommst vor uns. Beifall dich. So, jetzt aber. Bats. Nase auf Knie. Und wir haben eine Waffe. Los geht's, Freunde. Scheiße, wir haben einen Polizisten umgebracht. Das war keine gute Idee. Das war kein guter Idee. Die Welt. So. Komm schon. Hier geht's nicht lang. Da geht's auch nicht lang. Wo geht das lang? Da oben. Zack. Oh, die Leiter. Komm schon. Faith. Du hast die Hand abgehängt. Ich gebe dir Creek. Ich gebe sie mir Creek. Okay. Komm, Faith. Hol dir die Fähraus. Äh, Creece. Ich kann nicht. Bam. Oh. Haha, nein. Scheiße. Das wollte ich nicht überspringen. Verdammt. Mercy Slayer. Verdammt, Merk. Merk. Irgendwas macht irgendwen nervös. Ich weiß nicht warum, aber sie sind mächtig unruhig. Hi, Cell. War schwer zu entkommen? Nee, die Cops sind einfach zu lahm. Aber sie sind ziemlich schießwütig geworden. Im ganzen Funk ist nur noch Pope Thema. Die Cops sind heiß. Sehr heiß. Keine Ahnung, was los ist. Vielleicht stehen Vertragsverlängerungen an. Also Vorsicht da draußen, Cell. Also was soll der Aufruhr? Unsere Kleine hier hat Beweismaterial von einem Tatort entfernt. Jetzt ist jeder Kopf der Stadt hinter ihr. Ist das das Beweismaterial? Ja. Es ist wohl aus einem Tagebuch. Der Rest davon war weg. Alles, was ich entziffern kann, ist Icarus oder so. Und zum Höchsten. Icarus. War das nicht dieser Grieche? Genau. Sein Vater hat den Flügel aus Federn und Wachs gemacht. Dann ist der Kleine zu nah an die Sonne geflogen. Und keine Flügel mehr und kein Icarus mehr. Wenn irgendjemand was gehört hat, dann er. Das weißt du, Faith. Ja. Ich weiß, er ist kein Runner mehr. Aber er hat Kontakte. Irgendwann begegnet ihr euch. Wollen wir wetten? Wer? Jack Knife. Jack Knife. Den werden wir auch noch begegnen. Hoffentlich. Drake weiß, wo Jack Knife steckt. Er ist auf den Dächern beim alten Trainingsgelände der Runner nahe der Kanalisation. Aber auf dem Weg dahin, wir müssen uns davon kommen. Die städtischen Behörden unterzüglich den Tod des Vorgang und Kandidaten für das Radio Bürgermeisters Robert Pope, der erschossen in seinem Büro aufgefunden wurde. Die CPS hat eine verdächtige Fest gelaufen und sucht jetzt nach einer jungen Frau, die den Tatsache und Kultu-Einsätzen des Kultars verlassen hat. Weitere Hintergründe in Kürtel. Ey, geh doch. CTI News. Wir haben alle Nachrichten, die sie brauchen. Sachse. Dass sie alle Nachrichten haben, die wir brauchen. Finde ich geil, die Grafik. Was hier los? Äh, achso. So, und jetzt hier. Nee. Hey. Achso. Nee, hat nicht ganz geklappt. Hä, wie soll ich denn da hochkommen? Ach, da geht's weiter. Ah, okay. Hab ich nicht gesehen. Hab ich nicht gesehen. Hey. Ich bin ja schon locker gekriegt hier. Manchmal wundert mich dieses Spiel. Also wenn ich hier einmal runterfalle, blablab, dann, äh, gehen wir mal da um die Ecke gucken. Weil da könnte noch ein Koffer liegen. Und Koffer sind interessant. Weiß zwar nicht, was sie bringen, aber sie sind interessant. Also wenn wir uns immer schon mal eins weiter haben, hier. Na toll. Scheiße. Sie begeben sich in was? Sie begeben sich in was? Ja, ne, ne, ist klar. Hey, ich will kommen. Ja, ist klar, dass ihr das macht. Das macht ihr doch immer. Ach. Geht doch scheiße. Na, 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 na. Ich laufe einfach mal. Au. Hier mit Kaliber 100 auf mich zu schießen ist auch echt freundlich. Au, 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 au. Au, 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 au. Wir müssen also unentdeckt von dem Teil bleiben. Ach so. Ist klar. Wir öffnen das Feuer. Ist toll. Ich öffne gleich eine Party. Oh, das ist mir das Edge-Zeichen. Können wir damit irgendwas machen? Kann man nicht. Wir sollten weiterlaufen. Sonst gibt's noch Tote. Ah, da ist ein Koffer. Wow, Scharfschütze. Scharfschütze. Ich wechsle mal die Seite. Ach so, ich werd jetzt kommen, weißt du? Ich wechsle die Seite. Du musst auf den Kanälen rauspäzen. In der Nähe gibt ein Wartungszugang. Such deine neuen Weg. Ist klar. Au, 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 au. Au, 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 au. Das tut gar nicht gut. So. Was sagst du? Wartungszugang? Kommt, Dreh-Mädel. Heute noch, bitte. Heute noch. Danke. Ah, scheiße. Geben sie... Ah, jetzt kommen die wahrscheinlich zu Fuß, ne? So. Zack. Und... Zack. Und... Zack. Ach Gott, das ist kompliziert hier. So. Einmal entkommen. Ist auch voll logisch, einem schießenden Heli zu entkommen. Sie haben dich eingekleppelt. Du musst die Kanalisation erreichen. Was sagst du so einfach? Da ist sie doch. Kanalisation da unten. Geil. Au. Finde ich gar nicht nett. Oh man, ich will hier hoch. So, jetzt. Nein. Wow. Der war knapp, ey. Ne, der Kran ist, glaube ich, nichts für uns. Ah. So, jetzt. Oh, scheiße. Ah, da hätten Wallrun drin. Dann sein müssen. Scheiße. Äh. What? So, die Richtung. Sag das doch. Komm schon. Geben sie auf. Ganz bestimmt nicht hoch. Falsche Taste. Scheiße. Ich drücke mal schön Q. Der Vogel sieht aus, als sei die Luft rein, würde ich auch sagen. Die Luft ist voll von meinem Blut, weil ich gerade runtergefallen bin. Ich drücke mal Q. Was soll der Scheiß? Nee, runter wollte ich. Hui. Ach so. Hä, super. Äh. Da kommen wir wieder hoch. Hm. Komm, ich will laufen erstmal hier weiter. Und hepp. Und hepp. Und hepp. Nein. Ei, komm. Nimm doch das verdammte Rohr in der Hand. Das gibt's doch gar nicht, ey. Ja, geht doch. Hui. Ach so. Ja, super. So. Zack. Und weiter. Und runter. Und nächstes Rohr. Und runter. Wo sind wir jetzt? Hier. Oh. Batz. Äh. Da war die Leertaste zu langsam bei mir. Sag an. Darüber. Emergency Gate Release. Äh. Ja. Oh, wie kommen wir da jetzt hin? Ach so. Ist klar. War knapp. Batz. Ui. Ähm. Hä? Ach so. Das Gate hat uns am Tor erwischt. Äh. Das Gate hat uns am Tor erwischt. Ist klar, ne? Das Gate hat uns am Kopf erwischt, weil das nicht ganz aufgeht. So. Ich bin jetzt. Wir regeln uns jetzt seit 50 Sekunden. Na geht doch. Dann haben wir eben einfach nur zu lange gedau... gebraucht. Dann haben wir zu lange gedauert. So und so und so und so. Äh. Ne. Wie wär's mit... Na so. Und... Und hepp und hepp und hepp. Alles klar. Du bist sehr gut im Springen, Faith. Nächste Kiste öffnen. Au. Äh. Hä? Na ne, ne. Ist klar. Ich hab hier ganz bekannte Institution. Auf der anderen Seite soll dein Ausgang sein. Lieb den nicht hoch aus. Okay. Für Runner kein Problem. Uh. Also für mich kein Problem, würde ich sagen. Was wollen die Cops eigentlich? Okay, wir haben über Beweisstück. Sollen sie aber nicht so rummeckern. Ja, haha. Ich weiß gar nicht, können wir eigentlich runterfallen? Ah, okay. Das heißt, sie kommen. Hier kommt gerade was durch. Mist. Sie haben wohl die Arten. Mist, sie haben... Klopp. Tot. Los, weiter. Glaubst du nicht, dass die Cops nicht da runterkommen. Ist klar, ne. Hier kommt gerade was durch. Mist. Wir haben wohl die Arten, dass sie sich da drin verkriegt und haben weiter vorne Scharfschützen postiert. Ah, ich seh sie. Ich liebe Präzisionsschützen. Kann ja lustig werden. Alles klar. Und hey. So. Ein Leiterchen mal hochgestiefelt. Da seid ihr Präzisionsschützen. Hat der echt die Ratte gerade abgeknallt? Was ist das für einer? Du bist voll tierlieb. Ich bin Otto Tier. Ah, wer war... Wer war... Schalt die Scharfschützen aus oder geh ihnen aus dem Weg. Auf jeden Fall musst du da durch. Wow. Alter, wie geht das nochmal? Ach so, mit Ma... NOS 2. Ist klar, ne. Ist klar. Eliminieren. Eliminieren. Schalt die Scharfschützen aus oder geh ihnen aus dem Weg. Auf jeden Fall musst du da durch. Open. Bats. Very nice. Nein. Scheiße. Ah. F drücken ist so. Scheiße. Sorry. But I'm the Sniper Boss. So, nochmal Anlauf nehmen. Äh, so. Ist klar, ne. In der Sniper Knarre können wir nicht. Und hey. Und hey. Und hopp. Und hopp. Und hopp. Und hopp. Und knack. Und hopp und hopp und knack. Ach so. Da geht's sogar lang. Und. Hep. Genau. Hoch mit dir. Du musst eigentlich hin. Da hinten. Da hinten. Ach komm. So. Es trifft sich ganz gut, dass ich hier gerade Mirror's Head spiele. Denn. Ich habe gleich Nachmittagsunterricht. Und zwar Sport. Und. Wir haben. Äh. als Thema. Gerade in so ein Blutsel mit. Äh. Dingens. Und weiß ich nicht. Also. Rad machen. Und. Wir sind drin. Raus da, Fee. Da. Ich sehe sie. Wo denn raus. Ihr seht mich nicht. Ihr seht mich nicht. Ich disnipe aber. Wir werden auch gerne. Ja genau. Ich habe gleich Sport. Und auf mich wird geschossen. Und ich habe genau das, was wir hier gerade machen. So. Rad. Äh. Alter. Wie viele Sniper stecken. Den da bitte. Äh. Wo müssen wir eigentlich hin? Mal blöde gefragt. Ach so. Dafür gibt es ja alt. So. Ja. Ist ja gut. Ist ja gut. Äh. Einen weiter noch, ne? Da sind wir schon. Ah ne. Zurück. 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 Äh. Hier. Mach das Tür schnell. Sehr gut. Und in diesem kleinen Raum werden wir eine Folgenpause machen. Bis dahin. Auf Wiedersehen.